So hallöle hallöle, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zu Wedding Designer, Demo mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Find the way, find a way. Ah ja, für diese komischen, ui, für diese komischen Bienen halt, ne, um die Bienen da wieder reinzubekommen, oder was? Alles klar. The way ist das hier vorne, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Du siehst, ui, das. Diese komische Betäubungsscheiße, ne? Mhm. Mhm. Chillig. So, was haben wir jetzt hier? Hier ist ja irgendwas. Record a extra, also. Break all records and win extra Dollar. Okay. Aber welcher Rekorder soll ich denn hier brechen? Das ist so die Frage. Weil hier geht nichts weiter her. Nö. Aber schön, dass wir die Checklisten auf jeden Fall hier schon mal haben. So, äh, machen wir jetzt erstmal hier weiter. Es ist, äh, bisschen unübersichtlich, das Ganze. Get in the tractor, ach so, ja, break the barn. Get in the tractor and break the old Bob Rekorder. Ach soo, da waren die scheiß, äh, Dinger drinnen. Was sagst du? Die scheiß Schlüssel. Traktoren. Traktor Rails. Okay. Ja, hört sich natürlich richtig gut an. Da war klar, dass wir hier immer aus. Aber unten mehr Kameras mit ihm. Ja. Ja. Das ist etwas verwirrend gehalten. So lange damit das scheiß Ding ist. Ahja. Ahja. My time 1,29. Das ist doch schön. Ah, es gibt das Task. Läuft. So. Dankeschön. Wahnsinn. Moin. You didn't get it. You bought the first car. auf jeden fall so weiter geht's sette decorations ab und alles aber wir müssen jetzt erstmal kurz hier hinten rein moin 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 jetzt kann ich hier okay ja so eine typische Ami Scheune halt würde ich sagen ne also so ein tolles Rot wird's doch wohl sein ne jaja würde ich so halten ne also das so halten diesen Ami Rot hier zu halten das läuft doch ne so die Farbe scheint so ewig zu halten das ist ganz gut dann machen wir das ganze mal hier in Rot so gut dann können wir hier gleich weiter gehen ja und das Ding will hier nicht oder was allerletze ich kann sagen sieht doch schon scheiße aus so gut dann malen wir das ganze mal rot an so gut gut weiter weiter das passt gut das läuft das hier oben ist ja dann auch noch irgendwie okay gar nicht dran gedacht aber wir halten das einfach mal so komplett in Rot würde ich sagen wie würde er ganz hoch kommen das wird so generell die Frage sein sehr schön ich glaube das kann man auch noch von oben machen aber hoch springen ja hoch springen geht's auch okay ja jetzt kommt und Naja, so halb, ne? Naja, immerhin, aber das ist eh schon wieder egal, weil der hat gesagt, das reicht denen schon. Also es muss gar nicht mehr gemacht werden. Obwohl ich jetzt ganz ehrlich sage, naja, das können wir schon noch machen, ne? Also, warte mal, da hat die falsche Farbe eingestellt. Das wollten wir nicht, Jungen, ich wollte hier die richtige rote Farbe. Verpasst. Also ganz hier wird er nämlich auch nicht, so? Ne? Achso, ich sehe doch mal auf das Scheißhaus hier drauf. Geh doch. Also passt das wenigstens hier oben auch? Oh. Kann ich mich hier noch irgendwo hier drauf stellen ich will das ja eigentlich nur hier Weil so sieht scheiße aus also ganz ehrlich Gut das passt Aber das will partout nicht aber egal gut wir sollen mit dekoration anfangen hieß es Dann machen wir es mal natürlich Aha 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 Ok es gibt sowieso noch das eine Ding Und das geht hier ran So schöne Dekoration Gibt es noch irgendwas anderes hier also das ist hier unten ok Was ist hier ist alles unten das andere Wand das ist unten das ist unten Gut also geht wir haben nur dieses eine komische Band hier So Ok Das sagt euch aber die Dekoration reicht So Aber wir machen das natürlich noch ein bisschen ordentlicher So Wenigstens so ein bisschen So 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 ein Bild da was aussieht hier Auch wenn wir schon nur eh eine Farbe zur Auswahl haben was sehr traurig ist zugegebenermaßen So So Wunderbar So Äh wie sieht es hier mit dem Brautaltar aus Das wird ja hier hinten wo irgendwo gemacht werden Wä Aha Ja Ein Bildgeld haben wir ja So ist es ja auch nicht Jo So Ich glaube das passt Äh So Stellen wir das hier so hin Das hat was Was das Ding auch immer jetzt hier hinten zu suchen hat Wo wir jetzt hier einsaugen? Ach, gar nichts. Okay, das sah gerade nur so aus. Okay. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. So, dann hier so ein bisschen Deku. Dann hier so ein komischer Tisch. Dass man das auch nicht richtig gerade anordnen kann. Das finde ich eher schwierig. Aber der will auch nicht, davon abgesehen. Gut, dann gibt es hier so einen tollen Geburtstagskuchen. Was ist das? Ah ja, das kommt hier so im Hintergrund. Wird das nicht so gemacht. Man kann die Dinger nicht gerade ausrichten. Ist das alles krumm und schief? Und teilweise kann man es ja nicht mal kurven. Naja, egal. Warte mal, wir sollen irgendwas Headphones von der Van. Also wir sollen irgendwas vom Van holen. So, was mache ich damit? Nehmen sie die Hand aus dem Schnellmenü und zu den Kühen. Achso, dass die Kühe nicht abhören oder was? Verstehe. Moin, Meister. Ja klar. Gut, die Kühe kriegen also einen Bauhelm und Kopfhörer auf. Ist okay. Why not? Moin. So, das Pferd auch. Moin. So, die Schweine auch noch. Moin. 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 Moin Du auch nicht. Du auch nicht. Du hast. Aha. Du bist hier. Mehr ist hier aber auch nicht. Ah hier hinten ist noch ein Special Item. So. Moin Moin. Ist hier noch irgendetwas? Ich habe gerade einen Huhn gehört. Und Schafe. Man muss halt noch mal finden. Wir müssen das ganze Gebiet hier mal ab. Wir brauchen ja noch ein paar Tiere. Wir sind ja gerade mal bei 64 Prozent. Weil den Bienen kann ich ja schlecht so ein Ding geben. So. Weil das Pferd hat ehens. Die Schweine haben alle ehnen Hut. Ne? Das sind die jensten Tiere die ich hier auf der Schnelle einmal sehe noch. Sonst wüsste ich nicht wo hier sonst noch was sein sollte. Na weil hier ist ja nichts weiter. Ich geh mal hier weiter durch. Weil hier in den Stall komme ich nicht. Also da bin ich mir relativ sicher. Naja. Hier komme ich nicht ran. Hier komme ich auch nicht ran. Hier auch nicht. Also das Ding kann ich einsaugen. Put that one on animal seed. Ja. Ach hier. Grüße. Einmal. 73 Prozent oder was sollten hier alles sein. Hier ist noch eine Ziege. Moin Moin. 82 Prozent. Und. Ich muss hier eine halbe Weltreise machen. Das sind natürlich wieder solche Mini-Aufgaben wo du dir so denkst. Ach Meister. Muss das sein. Gut. Dann sind noch hier zwei und es sind aber immer noch welche irgendwo. Weil wenn der Typ nicht weib macht. Das Maul hält dir. So. Also hier haben wir jetzt schon ein paar alles. Ebenfalls sehe ich hier nichts weiter. Statt wäre ja immer schön wenn wir die Fiecher anzeigen könnten. Da hätte man ja schon mal weniger Probleme. So. Also schon noch Hühner. Also irgendwo müssen hier noch Hühner sein. Die große Frage ist halt nur bekanntermaßen wo. Hier unten sehe ich nicht. So eine sinnlose Aufgabe. Also original eine sinnlose Aufgabe. Ach hier. Gut. Jetzt habe ich einen Huhn. Aber hier fehlen ja noch was. Hier ist ein Huhn. Da oben ist ja noch ein Huhn gewesen. Ach. Wie dumm Alter. So. 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 Richte den Starter ein. Wähle Feuerwerk und lege den Starter auf den Boden. Okay. Feuerwerk ist meine Spezialität. So. Feuerwerk. Hier. Super. Platziere nun den Launcher aus der Quickborn. Mhm. Dann machen wir den hier so. Okay. Okay. Wähle nun den Launcher und stellen und scrollen den Timer ein. Ja Moment. Wir sind noch nicht fertig. Hier noch ein bisschen hier. Noch ein bisschen da. Und ein bisschen die Effekte sehen ja schon mal vielversprechend aus. So. Oh. So. 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 Da gebe ich gerne Geld dafür alles. Feuerwerk ist immer cool. So. 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 Ah, das kann ich ja nicht auswählen, ne? Tutorial Galerie, Tools, Minimap, Pricing, Pump, Dekorating, Rashing, Trashing, Dings? Ok. Lass die Show laufen! Also soll ich einfach starten, oder was? Ohja. Mhm. Create your own Show. Ja, ist ja... Ja. Das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Also, auch wenn jetzt absolut keine Musik dafür war. Äh, was, go back to the... Warte, 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 willst du? So, warte mal. Hab ich hier alles? Hier hab ich noch alles. Äh, go back to the office. Ahja. Dat war's jetzt sicher? Aha. Ich mein, das Feuerwerk sieht nicht schlecht aus. Holy shit. Das muss man wirklich lassen. Äh... Das Nachts... Dat hat was. Oh, kann schon so lange sein. Back to the office. Also, ich steig einfach wieder meine Karre eigentlich davon aus, wa? Ja. Ja. Äh... Das Sprezzo. Dann... 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 Musik 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 Ja, coole Sache, ich muss euch leider anschreien, weil hier geht es nicht weiter, oder? Quit the game! Musik Ja, da bin ich jetzt hier nochmal im Hauptmenü für euch, dass wir eine ordentliche Verabschiedung können. Ja, das ist es auch schon von der Demo gewesen, diese eine Mission. Ja, zugegebenermaßen, ich habe es jetzt nicht besonders schön gemacht, ne? Ja, davon mal abgesehen, aber ich habe einfach nur noch die Tutorials gehabt. Ich hatte aber eigentlich auch gedacht, wir können auch ein bisschen mehr machen, aber nö, das ist die Demo bis dato gewesen. Ist okay. Ja, mal schauen, wann es rauskommt. Es gibt noch kein falsches Datum dafür. Es wird auf jeden Fall wild. Ja. Es wird auf jeden Fall wild. Mal schauen. Inwiefern das dann auf Langzeit gesehen lustig ist, aber die Demo war jetzt erstmal schön lustig. Naja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen, Abo da. Also, wenn es hier irgendwann weitergeht oder mit der nächsten Demo oder am nächsten Let's Play, wie auch immer. Ich bin es denn auch da drin. Tschüssigowski, tschüssi. Tschüssigowski, tschüssi.